Hallo und herzlich willkommen auf der Süd-Hämmern hier. Ja, wir sind hier wieder beim Landwirtschaft-Simulator dabei. Und ich überlege gerade, was wir jetzt gerade machen. Ich würde sagen, wir grubbern einmal das Feld und kaufen uns eine ganz kleine Sehmaschine. Damit wir schon mal zwei haben. Also nicht gemietet, sondern haben gekauft, so zu sagen. Also, dass sie uns gehört. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich das genau sagen soll. So, das Projekt Bio wird natürlich fortgesetzt, auch wenn jetzt noch keine Folge eventuell kam. Ich weiß noch nicht, wie mein Upload plant ist. Das wird auf jeden Fall fortgesetzt, weil in diesem Projekt steckt jetzt ja auch noch einmal das Projekt Nachbarschaft. Und deswegen wird es auf jeden Fall fortgesetzt werden. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einmal kurz zum Feld Nummer 14. Wie ihr seht, habe ich den GPS-Mod in den AI-Vehicle-Extension-Mod runtergenommen. Sprich, wie hieß der? Ähm, ich habe den Namen gerade jetzt wieder vergessen hier, aus dem Kopf verloren. Ähm, Autocombine, genau. So hieß das Ganze. Dann hier einmal rum. Ich finde diese Map auch sehr schön, weil die auch sehr schön vernetzt ist. So, einmal aufklappen. Ich würde sagen, das machen wir mal mit Curseplay hier. Ich glaube, Grubbern und Sehen ist diese eine, diese eine, ähm, Abteilung, oder? So, geht natürlich schneller mit einer Direkt-Sat-Maschine. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe den Lohn natürlich aktiviert. So, machen wir das Ganze hier einmal an. So, wir haben hier das Feld. Achso, wir wollen einmal hier Düngen sehen. Feld, aber das ist dann wohl doch. Feld Nummer 14. So, Arbeitsbreite 6 Meter passt. Im Nordwesten starten wir und wollen Richtung Süden, würde ich jetzt sagen. Zwei Folgewände. Und, ja. Dann viel Spaß. So, das ist jetzt der Olaf. Nennen wir ihn einfach mal so. Das ist der Bernd. Der Bernd ist auch gleich fertig. Und das ist der Dieter. Vergesst nicht, wir sitzen in der nächsten Folge. Na komm, den brauchen wir eigentlich noch nicht. Hm. Ich wollte gerade irgendwas gucken. Hier, genau. Und zwar wollte ich mit dem Pick-up jetzt einmal zum Shop fahren. So. Schön blinken und die Keinen überfahren. So. Ja, mit 100 durch die Ortschaft. Das macht doch Spaß. So. Hier mit ihm wollte ich jetzt irgendwas gucken. Ich fahre ihn mal in die Werkstatt. Ach. Hoffentlich kommen wir hier jetzt auch wieder raus. Doch. Ja, sehr schön. Irgendwas wollte ich nämlich gerade gucken im Shop. Unter diverses, glaube ich, war das, oder? Nee. Ähm. Nee. Ähm. Platzierbare Objekte. Genau. Kein illegaler Milch... Na, vielleicht sollte man dann auch zum Milchteil dahin. Erstmal. Ähm. Einmal hier die Kuhweide besuchen. So. Jetzt hier kein illegaler Milchverkauf. Ähm. Das muss... Wo muss das hin? Ich weiß es gerade nicht. Hier denke ich mal nicht, oder? Hier nicht. Hier werden die Tiere angeliefert. Da sind schon wieder die anderen. Nee. Nee. Ausgabe meh ich hier. Einmal hier. Warum kann ich das hier nicht platzieren? Ja, wie weit soll ich das denn wegstellen davon? Ähm. Hier ging es doch gerade irgendwo. Da. Oder? An dir war glaube ich nur Einbildung. So. Okay, hier hin. Das heißt, die Milch wird jetzt auch nicht mehr automatisch verkauft. Ähm. Ja, ich habe hier so einen Soundmodel drauf. Aufunterstand, den Kompost, da habe ich hier noch drauf. In der platzierbaren, ähm, Version. Das Heulager, das ist ja normal. Und was habe ich hier noch so. Hier habe ich gar nichts, okay. Hier habe ich auch nichts, okay. Gewichte habe ich hier einmal Fendt und Röver. Ähm. Aber eigentlich wollte ich hier was anderes gucken. Aber ich habe es gerade wieder vergessen. Das heißt, wir warten dann halt erstmal. Bis die ganzen Leute fertig sind. Und in der Zeit würde ich sagen, ähm, mieten wir uns schon mal ein LKW. Und zwar... Und zwar... Den hier. Der ist am günstigsten. So. Und einmal... Einmal das hier. Sehr schön. Denn mit denen können wir jetzt... ...das Wasser in die Brauerei bringen. Einmal ankoppeln. Und dann holen wir hier gleich Wasser ab. So. Und einmal rum hier. Das Wasser gibt es beim Hof. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt... ...versuchen jetzt mal als Challenge sozusagen, ohne Karte zu fahren. Weil hier sind auch schön viele Schilder und sowas, die die Wege beschreiben. Oh. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu schnell. So. Und das müsste jetzt hier eigentlich schon passen. Äh. Moment. So. Ah. Schon viel zu weit. So. Jetzt füllt er auf und das Ganze ist kostenlos. Sehr schön. Ähm. Wie hieß er noch gleich? Bernd. Genau. Bernd ist fast fertig. Er ist auch fast fertig. Nein. Das war das falsche Feld, wo ich drauf geguckt habe. Okay. Das heißt, Bernd schicken wir dann... Ist er jetzt voll? Ne. Bernd schicken wir dann gleich... Na gut. Dann bringen wir erst mal das Wasser... Wasser hin. Das heißt, Bernd schicken wir dann gleich einmal auf das Feld. Ähm. Nummerjahre. 43. Da kann er nämlich auch Hopfen anpflanzen dann. Und ich würde sagen, wir kaufen uns auch... Ach ne. Feld Nummer 10. Genau. Feld Nummer 10. Das schicken wir ihn dann erstmal rauf. So. Und das Ganze können wir jetzt hier schon mal zur Brauerei bringen. Ah. Hier ist der Komposter. Okay. War mir nicht mehr sicher, wo der jetzt genau steht. Aber schön beim Hof gelegen. Na gut. Da hätte ich auch rausfahren können gerade. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal auf die Hauptstraße. Ne. Denn aus dem Kopf kenne ich den Weg jetzt auch nicht. Entschuldigung. Ich muss hier ja... Ich bin... Ach gut. Hat schön geklappt. Oh. Hier gehen sogar die Spiegel im LKW. So. Keine Ahnung. Fahren wir einfach mal links rum. Hof. Bahnhof. Hof. Okay. Fahren wir mal gerade aus. Hier ist Edeka, glaube ich. Oh. Da vorne ist ein schönes, großes Schild. Hafen. Taverne. Ne. War jetzt auch noch nichts bei. Hafen. Weiler. Taverne. Achso. Ich habe die Karte ja sogar an. Mann. So. Was haben wir hier? Landis. Sky. Pferdehof. Brennerei. Ne. Auch nicht ganz richtig. So. Was haben wir hier? Segelwerk. Konditorei. Pferdehof. Brennerei. Na so langsam. Aber hier könnte ich rechts und nochmal rechts. Okay. Dann bin ich eben gerade beim Händler. Ihm. Beim Händler. Falt abgebogen. Mann. Mann. So. Hier ist auf jeden Fall die Konditorei. Kann man auch was mitmachen. Habe ich noch nie was. Aber. So geradeaus. Glaube ich. Ne. Rechts müssen wir doch jetzt. Genau. Rechts. So. Ah. Und Bernd ist fertig. Das heißt wir halten hier jetzt einmal rechts. Äh. Rechts sagte ich. So. Noch ein Stückchen. Gucken wir hier. Ah Mist. Hier ist Kollision drauf. Das kann ja lustig werden mit dem Helfer. So. Einmal rechts blinken. Und Bernd ist fertig. Dann sehen wir auf das Feld Nummer 10 mal. Weizen. Und das Feld Nummer 10 befindet sich. Ach. Guck mal. Ich wollte gerade auf die andere Seite vom Fluss fahren. Aber hier ist es ja schon. Einmal hier. Bernd. Ich wollte gerade Willigo sagen. Aber Bernd Go ist jetzt ja hier angesagt. So. Wo ist unser LKW? Da. Linker kann rein. Einmal links blinken. Los geht's. Hier ist der Viehmarkt. Okay. Die können wir dann unsere Kür kaufen später. Da würde ich dann Kredit für aufnehmen. Oh. Der wackelt aber auch immer. Hier ist eine Tanke. Und die Raffinerie. Und nachher gleich müssen wir da links abbiegen. 30.000 Liter haben wir hier. Das sind ja 30 Tonnen. schon eine Menge, würde ich sagen. Bin ich hier noch richtig? Ja. Ich würde mal so halb sagen. Mir blinken würde ich nicht. So. Das wollte ich. Mal gucken, wo hier ein Eingang ist. Hier wird ja wohl auch Kollision drauf sein. Hier müssen wir aufpassen, denn hier fährt auch ein Zug aktiv jetzt vorbei. Da ist er. Eine alte Dampflok. Die rammt dich eiskalt weg. So. Eieiei. War aber laut. Hier ist auch die Obstfarm und die BGA. Und hier ist Weserpilz. So. Mal in die Innenperspektive. Und hier ist unsere Brauerei. Gibt natürlich auch einen kürzeren Weg. Aber da ich mich ja gerade verfahren habe. Ähm. Was war das jetzt? Er. Mal gucken. Was macht er hier? Der Bernd ist immer noch dabei. Der hier ist auch noch dabei. Gut. Das passt alles. Damit können wir uns dann gleich um die Tiere kümmern. Das heißt, da füllen wir dann auch gleich schon mal ein paar Sachen aus unserem Silo rein. Zum Beispiel jetzt Weizen, Mais und so weiter. Und so weiter. So. Der ist gleich leer hier. Und los geht's. Bernd to go. So. Das Tor geht hier automatisch auf. Boah. Da ist ein Tempo drauf, ey. Stell dir vor, er ist so ein Tor zu Hause. Zum Haufen, dass der Zug nicht kommt. Sehr schön. So. Hier ist die Bäckerei. Ich weiß gerade gar nicht, was wir hier alles anliefern müssen. Deswegen gucken wir da auch mal. Anlieferung. Komm, fahren wir mal rein. So, Anlieferung. Hier ist ja genug Platz zum Wenden. Roggen, Weizen, Hafer, Sonnenblumen. Okay. Roggen, und so weiter. Ausgabe, Brot. Und was ist hier? Gar nichts. Okay. Gut. Warte mal. Was war das andere? Da war ja gerade noch so ein anderes mit einem großen Tank. Ich denke mal Wasser, ne? Dann können wir hier nämlich auch gleich... Nochmal was... So. Wasser, genau. Hier muss dann nämlich auch gleich nochmal Wasser hin. Dann kippen wir hier auch nochmal eine Ladung rein. Denn wir haben ja so ein LKW nicht alle Tage, ne? Man darf ja nicht vergessen, dass der nur gemietet ist. So, und hier kann man eigentlich direkt gleich geradeaus fahren. Übers Feld Nummer 15. So, und da vorne ist dann schon unser Hof. Einmal kurz gucken, wo wir hier durch den Zaun fahren. Einmal hier, einmal da. Und da sind wir schon wieder. Bei den Tieren angelangt. So, hier muss ich jetzt, glaube ich, rechts, ne? Ich habe mich verfahren. Vom eigenen Hof. Okay. Hier rechts jetzt wieder. Und hier wieder links. Und da sind wir. Gut, dann habe ich mich noch nicht verfahren. So. Und mobilen Wassertank auffüllen. So, er grubbert hier noch schön weiter. Was ist mit dir? Er hat sich schon mal selber entlassen. Vorsichtshalber. Gut, dann machen wir ihm ja alles an. Vielleicht bleibt das hier auch an. Mal gucken. Wer weiß, wer weiß. Der Bernd hat auch keinen Bock mehr. Jo, bleibt alles an. Sehr schön. So. Wie weit ist der? Hm. Okay, er ist schon da. Sehr schön. Also, er ist auch bald fertig. Das ist der Drescher. Das ist der Fendt. Der ist voll. Und er ist noch lange nicht fertig. Da schicken wir dann... Also, der Motor war noch an. Da schicken wir dann bald mal... ...die Sehmaschine rauf. Und ich hoffe, das war gerade nicht zu laut. Ich bin hier am Mikrohund hängen geblieben. So, einmal jetzt hier rechts. Oh. Oh, Kollege. Bleib doch stehen. Der Lebensmüde. So, jetzt mal aus dem Kopf hier. Jetzt versuchen wir es mal. Ich müsste jetzt theoretisch nach rechts. So, noch weiter. So. Hier ist die Metzgerei. Jetzt hier links. So. Und da müsste es dann ja eigentlich auch schon ausgeschildert sein, oder? Nee. IMO AG. Okay. Hier ist die Brauerei und BGA. Und da kommt gerade der Zug. Aber wir müssen hier sowieso nochmal nach rechts. Sehr schön. So. Und da vorne gleich wieder links. Und dann sind wir schon da. Aber wir wollen ja sowieso zur Bäckerei, ne? Gut. Dann hätten wir auch anders fahren können. Und zur Brauerei können wir eigentlich auch nochmal. Da passen zwei Ladungen rein. Glaub ich. Dann haben wir das schon mal voll, nämlich. Gucken, kann man hier einen hinten ranhängen? Nee. Na gut. Aber ich habe auch Mod installiert, wo man LKW-Anhänger hintereinander hängen können. So. Einmal jetzt hier vorne Wasser anliefern. Dann fahren wir mal hier rüber. Dürft ja nicht so schwer sein. 30 Tonnen. Das wiegt ja kaum was. So. Und einmal starten. Derzeit können wir schon mal an diesen Infobildschirm gucken. Wie schnell das geht. Oha. Da passen auch zwei Ladungen rein. Drei vielleicht sogar. Ja. 20.000 Liter, die Hälfte. Ja. Ungefähr. Haben wir noch 10.000 Liter gleich über. Und 30.000. Und da sind wir. Einmal wieder losfahren und nochmal Wasser holen. Und ich würde sagen, diese Folge ist auch schon wieder zu Ende. Es würde mich freuen, wenn ihr auf meiner Website mal vorbeischaut. Wenn ihr einen Kommentar da lasst mit Themenvorschlägen. Und einen Daumen hoch, damit ich sehe, dass euch das Projekt gefällt. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.